Ja, ähm, hallo, hier ist... Ja, hier bin ich und das ist mein erstes Tutorial von Minecraft. Und heute werde ich euch den ersten Eindruck geben, wie die Überschrift schon sagt. Also, Minecraft, für die Leute, die es noch nicht wissen, es ist ein Klötzchenspiel, alles ist da eckig. Die Grafik ist nicht gerade die beste, aber man muss beachten, es hat nur ein Mensch, also ein schwedischer Mensch, programmiert. Und, ja, also ich spiele schon eine Weile und mir gehen die Ideen einfach nie aus, deswegen finde ich das Spiel auch so cool. Und wie der Name schon sagt, Minecraft, es handelt viel von Mienenbau. Unter der Erde findet man halt ganz viele Rohstoffe, kann sich daraus Sachen bauen. Und die Karte ist immer zufällig, Edith, es ist nie die gleiche. Und die ist unendlich groß. Man kann alles machen, was man will, nachts sollte man sich einen Unterschliff suchen, weil Zombies kommen. Stelette und Spinnen und so weiter und so fort, kann man sich alles im Internet anschauen. Werde ich auch nochmal ein extra Video zu machen. Aber jetzt erstmal zu den normalen Videos, die greifen einen dann an. Und das ist nicht so gut, wenn man stirbt, dann verliert man alles. Ja, ähm, okay, das ist eigentlich schon der erste Eindruck von Minecraft. Bald wird das nächste Video rauskommen, ähm, das wird dann ein Video sein, wo ich ein Let's Play mache, wo es dann losgeht, ne? Bis dann, Leute. Ciao. Ciao.